Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey. Und dann wollen wir mal weiter hier, wa? Schauen wir doch mal. Unsere große liebe Jen retten. Was ist das? Was zum? Irgendwas Feindliches, ne? Wir müssen uns nicht riskieren, dass uns das killt, ja? Oh Mann. Ja gut, aber ich glaube, wir können das gar nicht so killen in dem Sinne, wie es aussieht. Oder doch? Es greift uns auf jeden Fall an, ne? Können wir jetzt doch loswerden. Na gut. Noch mehr von dir? Ja. Na komm her, du Missfeind. Steckt sich aber auch gut, wa? Mann, Mann, Mann. So, Feierabend hier. Da müssen wir wohl irgendwie rein, offenbar. Mhm, okay. Erstmal umgucken. Steuerung ist wieder anders wie üblich in anderen Ego-Shootern. Wieder ein paar Tage nicht gespielt, ne? Und dann drückst du wieder falsch. Naja. Okay, das Ganze wohl auf der anderen Seite nochmal, ne? Das kann man hier bestimmt rein, ne? Das Ganze aus. Call, elevator, fachstuhl rufen, äh, ja, eigentlich ist er ja aber schon da, ne? Für drei, zwei, eins. Ja, jetzt wird's interessant. Fahren wir erstmal gleich ganz nach oben, wa? Ja, man kann ja mal gucken, was da los ist, ne? Guten Tag. Mission. Eigentlich sind wir ja, gehen wir ja ganz gut da, ne? Äh. Das ist, glaube ich, nicht gutartig, oder? So, für uns, so. Von uns. Jedenfalls nicht danach aus. Tschau. Dann. Gehen wir runter in Flur 2. Flur 1 waren wir wohl eben zuerst. Okay. Hm. Wir sitzen aus. Ja. Äh. Guten Tag. Oh, shit. Ich muss ja raus. Voll erwischt, ne? So, was. Oh, ich fertig, ey. Lass meine Freundin frei. Ja. Oh, komm mal erstmal her. Den Kampf verliert ihr. Davon Dingen vielleicht, ja. Ein Fahrzeug? Hell ja! Äh, ja. Okay. Factorbeam. Ach du Scheiße. Ich muss ja hoffentlich nur hier rüber. Seine Feuer werden dich guiden. Schau für sie. Nicht irgendwie aussteigen? Exit Shuttle. Okay. Das war's ja hoffentlich schon. Schauen wir mal wie es weiter geht. Schauen wir mal wie es weiter geht. Hm. Äh. Freund oder Feind der da gelaufen ist. Keine Ahnung. Die Feind steigen hier mal in Krieg. Oh no. Oh no. So. Ich ja hoch irgendwie. Irgendwie nicht. Kann ich da nicht durchschießen? Das gibt's noch nicht. Ach komm mal her. So. So. So so. Wer nicht hören will muss fühlen, wenn sie es mit mir anlegt. Ja. Äh, ich glaub das war keine gute Idee, ne? Nee, ist es auch nicht. Ach du Scheiße. Ich hol mir noch mehr her. Na gerade. Hab da noch nicht genug Gegner. Als hätte ich's geahnt. Naja. Die haben Munition für mich, ne? Das geht dann schon. Ja. Geht's hier unten noch irgendwie weiter? Nein. Das muss ich bestimmt wieder irgendwie aktivieren. Dann kann ich da wieder die Wand hochlaufen oder sowas. In der Art. Ja gut. Dann also hier weiter, ne? Ja. Ja, oder auch nicht. Aber hier kann ich das Teil da aktivieren, ne? Ja. Okay. War das so richtig, ja? Ich hoffe doch, sieht jedenfalls nicht verkehrt aus, ne? Äh, ja. Wieder so eine verwirrende Action hier, ja? Okay. Ich kann da noch auch irgendwie, ne? Ach so. Okay. Ja, was ist da wieder los? Das ist hier wieder, äh, ja. Cool. Das war da auch nicht cool. Auf der anderen Seite reinlaufen kann ich da nicht. Okay. Ups. Hm. Tja, ich hab wieder mal keine Ahnung. Ich glaub, so auf die Schnelle fände ich das auch nicht raus. Hm. Damit ist es jetzt auch nichts. Hm. 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 Ja. Interessant. Naja. Das werden wir wohl in der nächsten Folge rausfinden. Und bis dahin. Haut da rein. Wenn's, bis, wenn's wieder heißt, äh, pray, ne? Ciao.